Jo, Tag hier in allerseits und willkommen zurück zu Portal Stories. Und ich frag mich jetzt ein ganz klein wenig, wie ich jetzt eigentlich hier die beiden Kisten holen kann. Hm. Ich hab so nämlich ne grobe Vermutung. Ich hab nämlich hier, weil die sind ja in der Linie quasi, also der komische Würfelauslass hier und der hier, ne? Hm, dass ich rein theoretisch quasi mit dem Ding da oben hier schön, äh, jetzt sag mal schnell, mit dem Beam quasi schön die Würfel zu mir hol. Aber das kann irgendwie nicht wirklich funktionieren, denn wenn ich mich nicht irre, sorgt ein Würfel da oben, dass hier die Wand da hinten weg ist. Und der Laser, der da oben, glaub ich, auch mit nem Würfel, ja genau, der ist ja auch mit nem Würfel da hinten, der sorgt ja dafür, glaub ich, dass der Beam an ist, oder? Also geht dat irgendwie ein bisschen sehr schlecht. Ich hab aber auch keine Ahnung, wie ich jetzt gerade ein Portal hier hinsammeln soll und dann da oben irgendwo, oder hier, damit ich die Kisten hole. Ohne das halt, hm, das fällt wieder anders. Das wär halt nicht so toll, weil, kann ich vielleicht, nein, hier passiert nix anderes als das und hier auch nicht. Schade. Hm, von hier kann ich auch nirgends wo ein Portal hinschießen, aber hier, aber da ist leider mir der dämliche Feld im Weg. Ach ne, warte mal, hier, ich seh's gerade. Ich kann auch da durchschießen. Ha, das hab ich gar nicht gesehen. Auf sowas muss man erst mal kommen, ne? Äh, das, das, das hier ist ein oranges Portal, ne, ja. Blaues Portal, ähm... Hm. Wie mach ich das jetzt? Wo ist jetzt? Wo hab ich jetzt? Okay. Ich glaub, ich sollte, wenn, dann erst mal hier schauen, den mitzunehmen, oder? Mal gucken. Dann hätte ich, ja, der da unten ist zu. Der ist schon mal. Toll. Aber so hätte ich quasi schon mal einen Würfel hier rumfliegen. Äh, warte mal, wie komm ich jetzt rüber ohne... Ach so, genau. So wieder. Ach ne, warte mal, an der Seite. Ähm. Satz mit X, das war wohl nix. Verdammt. Das ist doch jetzt blöd. Ähm, ja. Mist. Das war jetzt mal sowas von gar nix. Aua, Laser. Verdammt. Blöder Laser hier. Ähm, denn halt so und... Ach so. Ja. Das geht ja auch. Ähm. Manchmal sollte ich echt die Brille sauber machen. Dann könnte ich wahrscheinlich besser die Wände sehen hier. Äh, was war das jetzt? Wieso ist jetzt der Laser da unten? Wieso? Hä? 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 Wie war... Warum... Hä? Wo ist der Würfel? Hat irgendjemand gesehen, wo der Würfel abgeblieben ist? Hä? Was? Wie, was, 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 wie, was, boh, ich kapiere das jetzt gar nicht. Ich hätte jetzt das Rätsel gelöst und jetzt ist der Würfel weg. Jetzt muss ich das ganze Rätsel hier nochmal machen quasi. Ist nicht dein Ernst. Ähm, ja, toll. Wie geht das jetzt hier nochmal? Ich glaube, ich glaube, so war das irgendwie ungefähr und dann habe ich da unten was bekommen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Achso, ich muss ja genau, ich muss erst mal den Würfel hierher holen. Ach, das ist er... Nein. Warum war der Würfel jetzt da hinten in der Ecke? Äh, ist doch nicht dein Ernst. Äh, 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 das Level trollt mich hier. So, komm du her. Und dich muss ich jetzt holen. Ach ja, genau, da oben. Tja. Ach, ich sehe das dämliche Rätsel nochmal. Nur weil der Würfel, der sich da hinten wieder steckt hat. Ist nicht dein Ernst. Wie war das nochmal? Ach ja, genau. Das hier und dann... So. So, jetzt aber richtig hier. Hm, ja doch. Das war jetzt orange, ne? Ja, orange ist das hier. Dann muss der blaue weg. Äh, ja, klar. So hingestellt ist auch schön. Und diesmal bleibst du hier drauf, ja? Bleib da! Bleib da! Ach, kann das sein, dass ich den versehentlich... Oh, ja. Kann das sein, dass ich den versehentlich irgendwie weggeschoben habe mit dem Beam hier? Äh, das wäre blöd. Wupsi! Ja, das ist dann ja selten dämlich, ne? Blöd gelaufen halt. Im... Im... Ja, ich benutze einfach den hier unten. So, komm mit, Würfel! Ich muss hier raus. Ja, und raus hier. Naja, toll. Micha trägt schon im nächsten Rätsel. Wieso sieht das hier so kaputt aus? Das andere ist vielleicht Shell. Ne, so hieß die, glaube ich, oder? Und Katzenbilder? Ja, das Internet gehört den Katzen. Die gibt's halt irgendwie überall. Was mach ich mit dem? Ach, da oben. Ne, warte mal. Da geht doch aber nirgendwo hin. Da geht's doch nirgendwo hin! Und draus kann ich mit dem Ding auch leider nicht. Ne, das bringt mir jetzt gar nichts. Wie soll ich denn hier was machen? Hä? Ist doch gar nichts. Das bringt mir aber null. Ich kann halt so rüber, aber das bringt mir dann was? Nix. Toll. Tolle Wurst. Ach, warte mal, da hinten. So, was hab ich jetzt davon? Okay. Äh, super, warte mal. Im, 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 im blau. Und dann orange irgendwo da hinten hin. Nein, Quatsch. Doch, orange. Ey, warte mal, wie soll ich denn zurückkommen? Kann ich von hier aus irgendwie da hinschießen? Ich glaub nicht, oder? Äh, seh, nee. Das ist, äh, warte mal da. Immerhin etwas. Ja, das ist auch ganz gut. Ach, da kommt Gehl raus. Ähm, ich hab eigentlich jetzt mit der Kiste gerechnet, aber okay. Okay, da kommt Gehl raus. So, okay, wo klatsch ich denn das Zeug jetzt hin? Ähm, ich weiß noch nicht mal, wo es lang geht. Da ist irgendwie eine Plattform. Ach, da oben. Okay, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das Zeug irgendwo da hinklatschen muss. Ja, direkt in die Suppe. Das bringt mir natürlich voll was. Ja, auf mich ist es auch nicht gerade so toll. Ja, was soll ich denn da haben? Egal, ich klatsche es einfach mal dahin. Ach, so ist es aber besser. Auf jeden Fall, viel besser. Naja, nicht wesentlich besser, aber immerhin etwas. Und nun? Hm, jetzt hänge ich hier irgendwie so ein bisschen fest. Glaube ich. Oder halt so. Mach mal, ich hab... Portal hab ich ja gestellt, genau. Ja, ist... Was? Ach so, das ist die Pumpe, die da drauf liegt. Den Würfel brauch ich aber trotzdem noch. Äh, ich glaub, ich komm da nicht ran, oder? Nee. Da komm ich nicht ran. Da fehlt mir eine gewisse Höhe. Das ist nicht schön. Denn isn nicht schön. Wollt ihr, wie komm ich an den Würfel da... Ah, okay. Warte mal. Nee, Quatsch. Äh, äh. Oder doch? Warte mal. Hä? Ich, ähm... Ich muss das hinbekommen, dass ich irgendwie da ein Portal habe und gleichzeitig den Würfel irgendwie... Warte mal. Ich muss den Würfel, glaub ich, hier hinpacken, oder? Kurzfristig. Dazu muss ich erstmal überhaupt in der Lage sein... ...irgendwie von A nach B zu kommen. Ja, genau. Äh, was wollte ich jetzt hier machen? Genau, aber das bringt mir jetzt nicht unbedingt wirklich viel weiter, irgendwie. Nee. Das ist selber, was ich schon vorhin dachte, nur dass das auch nicht funktioniert hat. Hm. Hm. Ich glaub, ich muss mit der Pampe hier quasi mit dem Würfel so hin und her jumpen, sodass ich dann durch ein Portal durchspringe und dann irgendwo da hinten oder so ankomme. Oder vielleicht hier, vielleicht sogar. Und dann hätte ich einen Würfel, den ich entweder da kurzfristig drauf packe oder halt später natürlich nach oben. Aber ich weiß jetzt grad nicht so richtig... ...wie ich den da herholen soll. Vor allem, wie soll ich die Pampe auf die Wand klatschen? Ja, das bringt mir halt nicht viel. Geht das hier eigentlich aus? Nee, ne? Nee, das sieht nicht so aus. Dit sieht nicht so aus, als würd's ausgehen. Na, jetzt bleibt er oben. Äh, bleib mal unten. Danke. Wie krieg ich das Portal da hin? Äh, blau hab ich geschossen, oder? Na, ach so, das ist ja Scheibe. Ah, geil. So, schon besser. Genau, schön voll schnoddern. Ich glaub, das reicht, oder? Ja, ich glaub schon. Äh, Band? Ach so, genau. Erstmal irgendwo hin. Nee, erst mal, erst mal, erst mal, erst mal was anderes. Habe ich denn ne Wand? Ja, da ist ne Wand. Lass mich durch, da. Mö, Mö. Dann halt nach vorne. Na, 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 komm, komm schon. Na, geht doch. Eine Sache ist schon mal fertig. Äh, müsste so gehen, oder? Ja, super. Ach, falsches Portal. Äh, ich glaub, so rum. Was? Die Kiste. Die Kiste war oben. Hey, komm da. So, so, geht doch. Dem, hm, hm, hm. Dann halt nochmal, weil's so schön war. Flipp um, flipp um. Gehst du? Hä? Oh, ist oben. Gut. Da liegt das Ding schon mal gut. Jetzt weiß ich nur halt nicht genau, wie ich da hochkommen soll. Hm. Wart mal, ich muss mich, glaub ich... ...rumjumpen. Hier in so ein Loch reinspringen. Und von da rüber katapultieren lassen. Und ja, eine schöne hochjumpen. Richtig? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Na ja, doch schon. Ich glaub schon. Das werde ich aber dann morgen erst ausprobieren. Und nicht mehr jetzt. Ich frage mich so ein bisschen, warum die beiden Plattformen da sind. Aber ich glaub, die kann ich nicht benutzen. Von daher, ich nur reg' die mal. Jo. Bis morgen dann, ne? Tschüssi.